ja hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren episode von sheltered die jungs sind schon ein ganzes stückchen weit gekommen hier waren über wasserspeicher und ich hab noch einen bären töten müssen und einen wolf töten müssen und jetzt sind wir hier in dieser kleinen city angekommen leider kann ich nicht genau lesen was da steht pro pro kato oder so wir kommen dem händler monopol einer kleinen apotheke manier hat mir das man gedacht wir schalten mal ein hier zu hause passiert aktuell nicht so viel das brauchen wir tatsächlich nicht ich habe jetzt im prinzip einfach alles eingesteckt was so geht jetzt kann man mal gucken was ich davon nicht will ich habe ein paar leuten gehandelt deswegen habe ich auch weniger fleisch falls ihr euch jetzt wohnen werden ja das können wir das nehmen wir mit die klamotten kriegt man zwar irgendwann stoff aus ich habe das jagdgewehr gefunden die farb einmal muss ich mal noch da eine linse was nehmen was lassen wir dafür die linse noch mal hier die stange da müssen oder was von der normalen ach wir lassen wir mal eine stange da das passt so denke ich wir haben jetzt auf jeden fall genügend ich wollte noch mal gucken objekte fertigen level 2 der kleine recycler ventile und kunststoff da wird uns auf jeden fall noch was fehlen würde ich sagen jetzt mal gucken ventile haben also genug ok kunststoff aber auch mehr das aber machbar ist tatsächlich machbar ich bin wirklich sehr sehr beeindruckt du kannst hier weiter trainieren wenn du willst zack ort durchsuchen wasserspeicher müsste auch gleich wieder voll sein ein großes haus da geht nichts mehr da geht noch was ja ja oh holz glühbirne ventile seife wo wir auch schön zwei sachen rausschmeißen einmal für holz und einmal für gasmasken kriegen wir das hin ich würde sagen wir lassen die kleidung für die gasmasken da theoretisch gesehen könnte ich die kaffeebohne eigentlich hier lassen aber ich will nicht im besitz 18 naja komm dann lassen wir auch noch das benzin hier das soll dann noch eine wahl erhalten oh da kann man gleich mal nachfüllen Kraftstoff hinzufügen wenn wir schon mal gerade dabei sind da gab es noch mal einen stufenaufstieg karte ansehen zwei häuser noch alles klar mittelgroßes haus kaffee kaffee bücher seife sehr gut zack das haben wir gebaut status deaktiviert ok ja du geh mal schlafen wir haben etwas interessantes gefunden braucht jemand eine hilfe ja geh mal gucken das müsste jetzt diese quest sein kleine apotheke guten tag schön dich kennenzulernen ich bin der örtliche händler das ist ein angebot ich bin bereit mich von 30 antistrahlungstabletten zu sagen wenn du dafür einen anderen händler tötest der in meinem gebiet herumtrampelt bist du dabei für 30 strahlungstabletten also das klingt ja doch nach nicht sehr viel muss ich ja sagen das hieß funktioniert nur mit munition und stolperdraht stolperdrähte dienen dazu fallen im schutzraum zu aktivieren fallen können nur aktivieren wenn den plünderer versuchen sich eintritt zu verschaffen die nicht platzieren fremde an einer kleinen apotheke ist das wieder der selber ist das dein blut angeln kriegen wir wenigstens charismar auf level noch klingt doch gut angeln gehen bei uns haben wir geschrieben sonntag angeln gehen klingt eigentlich gar nicht so schlecht eine entspannungstablette nö eigentlich nicht alles gut so so jetzt baut sie da irgendwas ich hätte jetzt wirklich gedacht dass man das irgendwo hinsetzen muss zuges magnesium linsen ja 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 kein platz Transistoren hatte ich noch. Zu wenig Plastik. Leder ist gut, Ventil ist gut. Im Prinzip zu viel Wasser. Günstig loswerden. Ja, was hast du denn? Okay, wir nehmen mal die Feuerzeuge. Ich weiß gerade nämlich nicht, wozu ich die brauche. Entspannungsmittel. Wow. Wow, klingt doch gut. Äh, wir haben bestimmt noch eine Pistole überreicht, ne? Okay, so. Zack. Dann müssen wir noch nicht so viel rummachen. Im Ödland, im Ödland. Ein Bär. Los geht's. Ja, ja. Oh Gott, zum Glück. Und bestätigen. Na? Ach, reicht nicht ganz. Ja, ich versuche James, äh, unten noch am Sandsack ein bisschen hochzukriegen. Äh, Stacke 6 brachte man, glaube ich, für das Messer. Das wäre ganz cool. Kann er da auch noch ein bisschen mitmachen. Und, ich, was könntest du noch machen, dann kannst du was essen. Und nachdem wir was gegessen haben, Kaffee, Fleisch, Radio habe ich nicht, Stange, ja, bestätigen, ja. So, okay. Ich gehst noch halt schlafen. Mal durchsuchen. Okay, was mit dir? Toilette könnten wir agieren. Noch dreimal Strick. Was haben wir denn noch? Kleiner Bauernhof. Oh. Ihr seid zum Glück nicht bewaffnet. Wollt ihr handeln? Ja. Habe ich nicht mit euch. Weil ich das alles hätte eigentlich auch nehmen können und gegen das Wasser tauschen können, ne? Das ganze Wasser kann ich gar nicht mehr zurücknehmen. Hm. Nächstes Mal. So, läuft. Okay, noch untersuchen. Oh, zwei Schrotzen. Vielleicht auch, ne. Kann ich nichts weiter mitnehmen davon, ne? Oh. Sollen wir davon was da lassen? Ich hätte mal einen Handelswert von 400. Und das Wasser kann ich sowieso nicht mitnehmen. Und durchsuchen. Einige Gegenstände genommen haben wir Lagerbegründung verloren. Okay, das heißt, wir sind am Limit, was Fleisch angeht. Du musst mal hier reparieren. Das ist ja furchtbar. Du musst ihn zurücklegen. Und nachein lassen. Larry. Hast du Glück, die Rohre zu finden? Wie viele vor der haben? 20 Stück, ne? Gibt es so viel haben wir noch nicht. Lager ansehen. 11 haben wir. Ja, das dauert ein bisschen. Ah, Berg da. Sehr gut. Was? Nein. Okay, Metall würde ich gerne mitnehmen. Und seine, glaube ich, auch. Also, ich lasse mal das hier da. Ich kann das Fleisch auch nicht mit zurückbringen, weil der voll ist, ne? Sehr gut. Und sieben Seile haben wir da. Regen, Regen. Schon wieder Fremde. Immer Fremde. Wann gibt's denn? Magst du handeln? Ja. Ja. Seife gegen Seife? Welche Seife? Ja. Ja. Ja, aber ich noch nicht für 10. Ein bisschen noch. Hm, wie sieht's denn hier überhaupt aus? Die Toilette und die Dusche müssten mal repariert werden. Und danach wieder der Sauerstofffilter. Ei, ei, ei. Reparieren, reparieren. Objekte untersuchen. Passt alles, okay. Und Transistor, noch ein Schanier, ein bisschen Kalk, äh, Kalk. Zement. Also gut, verstehe den. Los geht's hier. Weiter mal durchsuchen. Wo seid ihr denn jetzt überhaupt? Ah, ihr seid schon fast auf dem Rückweg. Äh, also ihr seid auf dem Rückweg. Das ist nicht schon mal weit. Also, gehst nicht in die Falle. Du bist zu klein. Du bringst mir nix. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Das Wasser hier lassen. Irgendwie sowas. Das war ja quasi unnötig. Können wir dann aktuell irgendwas noch bauen? Hab ich irgendwas vergessen, was ich bauen wollte? Nö, okay. Das im Besitz einer, okay. Hm. Genau. So, das ist noch mal kurz. Nee, geht's da drin, ja. Untersuchung von Holz. Ja, ja, ja. Verklickt, schon gut. Geht nicht. Fleisch. Ähm. Ist, glaub ich, voll. Da sind sie ja, die Jungs. Das Pferdchen wird schon. Das heißt, du kannst aufhören, Anzug nehmen und füttern. Wahrnehmung elf, Wahrnehmung neun. Kabumski. Alles nehmen. Ja. Nur Fleisch können wir nicht lagern. Ha, ha, ha. Hm. Es hilft auch nicht, wenn ich die Tasche da rausnehme, ne? Nicht genug Platz, ungefähr. Ja, ist dann halt so. Besteht. Ähm. Stopp. James nicht automatisieren. Dave nicht automatisieren. Dave geht duschen. James geht auf Flatter. Antworten. Ich möchte ein Deal. Ja. Apropos Deal für Rohre. Haben wir denn 21? Okay, wenn ein Typ das nächste Mal kommt, könnten wir, glaub ich, Ja sagen. Was habe ich denn so gefunden? 400 ist vielleicht ein bisschen übertrieben. 500. Hm. 26. Ich hab mir gedacht, wir sammeln jede Waffe einmal, damit wir sehen können, was die so bringen. So. Hm. So müsste okay sein, ne? Hm. Ich hab' nicht verkehrt. Dann legst du dich kurz schlafen. Du kannst den Anzug zurücklegen und du kannst von mir so weiter nach Händler funken. Obwohl. Nö. Mach das mal nicht. Äh. Dave. Toilette gehen? Nein. Aber. Fleisch essen. So. Die Kleine. Aufrüsten. Wie sieht's aus? Es fehlt. Zehnmal Holz. Und viermal Gummi. Könnten wir eventuell den bauen? Nein. Es fehlt dreimal Kunststoff. Oh, ist das ärgerlich. Ah. Kunststoff. Auf die schnelle mal Kunststoff herklingen. Hm. Okay. Also ich denke, was wir machen müssten ist, ich guck nochmal oben. Ja, das waren noch. Zweimal. Okay. So. Dave. Hat einmal gegessen. Hat zweimal gegessen. Und geht schlafen. James. Geht duschen mit Seife. Wie schön kann... Kann sie nicht. Weil wir kein Metall dafür haben. Alles klar. Schon gut. War nicht so gemeint. Hm. Hm. Okay. Ich glaube, da können wir nichts interessantes mehr machen. Aber du müsstest mal den Anzug nehmen und dann mal hier draußen reparieren gehen. Ja, was ist denn? Nein. Ähm. Lager will ich nochmal ansehen. 21 Uhr. Okay. Haben wir also nichts weiterverbraucht. Sehr gut. Ähm. James. Ist duschen. Ist fertig mit Duschen. Fleisch essen. Normale Nahrung essen. Ähm. Du schläfst. Du reparierst. Und reparierst. Du kannst auch nochmal schlafen gehen. Ja. Dev kann ja einmal durchwischen. Du kannst einmal trainieren. Du bist fertig. Dann kannst du den Anzug zurücklegen. Checken nochmal ganz kurz, ob wir wirklich nicht irgendwas Sinnvolles nochmal bauen könnten. Ähm. Einer Truhe bauen vielleicht. Objekt fertigen. Wir brauchen kein Holz für den Recycler, ne? Ne. Level 3. Kiste. Blip. Bauen wir da hin. So. Ähm. Du bist schon wieder recht müde. Kannst dich ja nochmal hinhauen. Dave. Schalten wir einfach mal kurz mit auf Automatik. So. Gucken lassen. Dann. Antworten. Larry. Hallo Nachbar. Hattest du Glück mit den Rohren? Zustimmen? Objekt aus. Klar. Das ist ja wunderbar. Was? Was? Wow. Okay. Da ist der Kunststoff. Habe ich noch Rohre? Eins, ne? Hat genau gepasst, ne? So eine Granate. Alter. Sehr schön. Dev. Kraftstoff. Kraftstoff. Ähm. Michelle. Warte deines Amtes. Ähm. Nein. Jetzt fehlen mir die Rohre. Natürlich. Natürlich brauche ich 10 Rohre. Ähm. Gut. Und die Pfanne leeren. Sehr schön. Und. Zurücklegen. Und wir planen mal die nächste Expedition. Wo soll es denn hingehen? Was können wir dann machen? Haben wir noch was sinnvolles? Hätte er noch mal gehabt. Wir könnten jetzt noch mal versuchen schnell hier hin zu gehen und schnell wieder zurück zu kommen. Ist auch super, dass es gerade regnet. Oder hier. Aber hier. Da wollen wir länger nicht. Okay. Oder die neue Stadt. hat. Also ich sag mal. Wir plündern die alte. City hier nochmal. Auf diese Art und Weise. Gucken ob wir Rohre zusammen kriegen. Und äh. Dann baue ich den Recycler. Wenn ich den Recycler habe. Schalte ich wieder ein. Wenn nicht. Ähm. Also wenn ich den in der Tour nicht zusammenkriege. Äh. Schalte ich quasi nochmal ein. Um euch zu zeigen. Dass wir es nicht geschaffen haben. Und dann gehen wir nochmal da hin. Und wenn das alles nicht hilft. Geben wir nochmal da hin. Ne? Und vielleicht schaffen wir das ja auch nochmal. Okay. Dann sag ich hier mal bestätigen. Und wir rüsten ja noch aus. Ausrüsten. Hab ich gesucht. Nächste Person. Hier. So. 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 Los geht's. Und ich sage. Vielen Dank fürs zugucken. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt. Eie. 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 Auf was dorthin kriegen du. Ich weiß nicht. Aber. Es sieht gut aus. Also ich würde es persönlich sagen. Wir sind über den Berg. Also. Bis dahin. Ciao.